Ich heisse Nico Scheidegger und ich will die grosse Scheidegg-Everest. Das heisst 8'848 Höhenmeter an einem Tag wie einem Velo. Wenn die Strassmann Everest nicht so gut ausgebaut ist, mache ich das an einem anderen Berg. Das sieht dann in etwa so aus. Dabei entstehen viele Kosten wie Verpflegung, Übernachtung, Transportkosten, neue Schuhe und das Wichtigste ein Velo, das optimal für den Berg gefahren ist. Wir fehlen aber die finanziellen Mittel, um das erfolgreich zu meistern. Es kommt immer wieder so aus. Das ist so streng. Auf und runter begleitet mich nicht nur beim Velofahren. Ich will durch die Challenge mehr und auch anderen zeigen, dass man trotz psychischer Probleme den grössten Berg steigen kann. Die Abfahrt lohnt sich immer. Velofahren ist leider ein teures Hobby, aber es gibt mir immer wieder Kraft und Hoffnung, dass es einem Leben weitergeht und ich die Richtung bestimme. Wenn auch du mein Unterstützer wärst, spendiere ich dir einen Eistee oder einen Cola, backen einen Zopf oder zeige dir die schönsten Routen im Jahr. Also überlege nicht zu lange. Schau auf I believe in you hinein, damit ich nie mehr mein Lachen verliere. Tschüss. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Bis nachher. Tschüss. 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 Tschüss.